ja liebe youtube freunde was passiert heute in der froh weiss ich bin die alte drainage am ernähren und zwar relativ viel war das die geht bis nach da hinten da hinten ist der schacht also sind total ungefähr 100 meter länge und da kommen zusätzlich noch die seiten äste die seiten züge dieser hatte 40 meter dann habe ich dort noch einen 10 meter hier vorne 15 meter und dieser hier ist auch nachher wieder 20 meter